hallo grüß den die zwei typen und barrio dann sind es drei typen nur mit mir sehen das schaffte sonst nicht wo gibt es denn dass mir auch sie wieder zu ziehen ein komm das packst du ein wie soll ich pack ja nicht mal den sprung das geht nur mit mir auch vorausgesetzt der nimmt dem den nimmt überhaupt ja doch das hat auch schon vom herrn wesen ja die beste funktion er war das leider das ist ja dieses miau jetzt steht das ist immer woanders hat ich weiß nicht kann es steht doch da unten an der stadt. die miauxy bus haltestelle. offensichtlich. busen haltestelle. was ich mit dir wieder schiebe. das hätte ich fast ausgesprochen. hast du. ja also. so jetzt brauche ich deine hilfe. sammle die noten ein auf der anderen seite. du warst gut. geht noch nicht. bin geblendet vor meiner aussage. verblendet. nicht geblendet. geblendet habe ich gesagt. geblendet. geblendet. alles klärchen klar. finde ich dich so strahlend. bin halt schon immer strahlend. tue ich doch schon. fertig. tschakamalaka. wir haben es geschafft. was heißt überall auf malaka. möchte ich nicht wissen. ich schon. ich weiß es nicht. weiß ich nicht. keine ahnung. ein mond für uns. notenjagd. so. darf ich dir was zeigen. es gibt hier. ja. oh. ich mache meine augen zu. 70 monen zu finden. ich bin wieder geblendet. und geblendet. ach ja. hi. gut hüte dich da mal drauf. gut hüte dich da mal drauf. was ist das für ne scheiß. das ist der typ von mario kato am anfang. die runde startet. ja ja. aber was soll man mit dem. angeln. das zeug was ich gerade durch tauchen rausgeholt habe. wow. da ist ein fisch. war ein fisch. ja. kann man irgendwie nicht vorstellen was wir die wirklich kriegen. was sollen wir denn mit dem machen. die münzen. die ich durch tauchen rausgeholt habe. irgendwie sind. auch keinen sinn. das sind fügel. fügel. ein mond für uns. wie viel sind es noch mal. 70 an oder so. ach ja. was wird. was ist das denn. das ist eine starte von dem mark. da können wir da irgendwas machen. das ist die starte. probier's. ne. jetzt nicht so. es halt irgendwas anklicken. oder so. um was lesen. oder. okay. vergisst das offenbar nicht. scheint wie gut zu sein. guck mal. die unsere spuren einfach instant wieder verwirrt rum. passt jetzt nix. das ist tatsächlich nix. aber ich habe mich erst mal voll im schreck. so. wir mal einen. danke. ich weiß. es hätte ja halt fast nicht mehr gereicht. achso. von der reichweite. ja. hm. das ist die miauxi heute stelle. hier ist dieses ding. wo ist denn die stadt. in der stadt gibt es noch mal was wir wollen. die liegt auch nicht da. ja. die tür war. lotto. oder sowas. what? äh. nicht lotto. memory. nein. ähm. ein armiger bandit. ah. zehn münzen. oh man. jetzt zocken wir auch noch. oder? also wir. wir zocken jetzt während dem zocken. so. jetzt musst du den beim mond anhalten. viel glück. ja. und was machst du jetzt? auch mit dem zocken. verkackt. ja. und jetzt noch den falschen anhalten. das war keine gute Leistung. try again. na na. ja. 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 jetzt hab ich aber bitte dreimal das gleiche gesehen. hey hey hey. so ansprüche hier. ja. schon verkackt. ja. schon verkackt. ja. jetzt immer selber scheiße. ich muss doch mal richtig raten. oh man. hm. hm. stehen wir. jackpot kann beginnen. merkt ihr einfach was da vorkommt. davor kommt jetzt. mann bin ich gut. ja. ja. dann soll doch in der richtigen. woot. woot. check it. äh andere. so macht das irgendwie mehr Sinn. als. so. So ist irgendwie... Mist. Egal, wir haben... Check nochmal! Okay, ich habe jetzt nicht so gut rüber. 63 von den vier hier. Und da sehe ich wieviel wir haben. Wir haben sieben oder sowas. Oh mein Gott! Ich habe einen Mond gefunden. Die Pflanze hat die noch eingepflanzt, gell? Ja, in der Tat. Albezin-Koffein-Shampoo. Liquid für die Haare. Ja, mittlerweile gibt es da auch ab 21 nicht mehr das andere. Für das alte Haar. Ich glaube 49. Plantur 41 hieß das. Und jetzt gibt es Plantur 21. Oh ey, da waren wir auch mal schon. Nur so Vibrations-Ding. Hier unten, oder? Nutzlose Minzen, danke. Das haben wir schon. Ja, dann ging es um die Vibrations-Technik. Da ist ein Schloss, das sich nicht aufprägt. Hm. Sombrero! Da gab es eine Rakete rum drauf, gell? What? Ja, die haben wir versucht zu benutzen. Vielleicht geht das jetzt. Wer ist wir? Wir. Ich, du, Felix. Hoi. Hier. Ui. Ui. Sekunde! Ich tue kurz einen meiner Lautsprecher zurück ins Leben holen. Yeah, geil! Meine Lautsprecher meinten, dass wir zu leise und haben sich gerade abgeschaltet. Alles klar. Hallo, Lautsprecher? Come back into life? Ja. Hallo, Lautsprecher? Juhu! Das nächste ist... Ah, jetzt wollten beide Lautsprecher wieder. Abgeschmiert. Ah, jetzt sind wir hier hinten drin. Hoi. Heiland... Oh! Zack! Kann ich auch mit dem Typ reden? Ja, kann ich. V-Eingang. Sorry. Das ist auch ein Easter Egg, ne? Hinten reinlaufen. Ui, was war das für ein Jump? Das geht. Wir laufen hinten in den Laden rein. Machen alles fein und sauber. Hauen wir los kurz und klein. Genau! Sehr gut! Wir laufen in den Laden hinter rein. Hauen alles kurz und klein. Hei, 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 hei! Hilfe! Komm mal zurück. Das ist doch genial. Und jetzt war Franz hier auf die Strom. So langsam verstehe ich, warum uns die Leute gerne angucken. Gut. Okay. Freut mich. Für mich auch, ne? Jo, läuft doch. Flieh! Flieh! Läuft! Flieh! Ah! Is this for sheet? This connect! Macht Spaß? Oh Gott! Ui, 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 ui! Erstmal mich um... Ach, du bist dahin gewesen. Ja, ich komm gar nicht hin. Glauben das ein Feature. Glauben das ist ein Feature und kein Back. Ui, 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 ui. Er schwitzt, er schwitzt. Das ist Angstschweiß. Ah, okay. Ja, tatsächlich, ne? Du musst glaub, diese... Gumbas, wenn man... Kann ich aber nicht. Ja, das ist scheiße, ne? Ah, da kam noch ein Block raus. Jetzt funktioniert's. Ja, echt? Muss ich meine Augen zumachen? Meine Augen? Weiß ich nicht. Wenn du nichts sehen willst, dann kannst du deine Augen zumachen. Jetzt mal wieder arbeiten. Da ist ein unsichtbarer Block. Ich weiß bloß nicht, wie ich den herhole. Indem du von unten aufliffst. Genau. Ein Mond für uns. Wir laufen hinten in den Laden rein, hauen alles kurz und klein. Der Text macht dich noch so fein. Ui, 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 ui. Ui, heilige Kacke. Wow. Neen! So viel brenzlige Situationen erlebt und überlebt und dann noch verkackt. Das ist doch scheiße, ey. Derzeit nicht verfügbar. Deine Oma ist nicht verfügbar. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Zeig, dass sich alles dreht. Zeig, dass sich was dreht. Was geht. Was dreht. Okay. Weiß nicht. Ui, ui, ui. Zeig, dass sich was dreht. Was geht. Was dreht. Zeig, dass sich was dreht. Passt doch. Okay. Haben wir mal. Gut gemacht. Warum denn auch? Und? Geh nicht ohne mich. Ohne wen? Achso, ohne mich. Ah, sehr nett. Und? Wusch. Ja, wusch. Wusch und schmeißt deine Flasche um. Ah, shit. Ist aber immer wieder nett. Nein. Nein. Ganz ruhig. Ich bin Gott sei Dank nur abgesprungen. Immer dieses Übersteuern. So. Was ist das für ne Musik? Keine Ahnung. Ist ja furchtbar. Nicht so, denke ich mal. Nein, auch nicht. Hm. Äh, Y ist das. Oh mein Gott. Oh jejeje. Da gibt's noch ein bisschen was. Ich will nicht mehr. Warum? Das ist so viel. Macht das Spaß. Wir sind gerade erstmal in der zweiten Welt. Ja. Ist doch cool. Oh mein Gott. Ui. Doch nix besseres. Uuuh. Mehr Echse. Voll. Gibt's vermutlich so. Ähm. Ähm. Ne. 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 Guten Morgen. Hättest du ja mal hier noch so am Rand von der Schlucht geguckt, ob du da noch irgendwo runter springen kannst. An der Seite. Weißt du, so unterliegendes Podest oder so. Nein. Da ist die Mund drüber. Oh jejeje. Halt. Was springst du da mal raus? Oh Gott, dieses Ding zu stören ist auch total scheiße. Wie gleich dazu kommt. Das hat doch mal Felix gemacht. Ja. Und guck, da kommt es nicht hoch. Aber das Bild ist nun mal. Ui. Wie nein. Highlands Donner. Wie lange? Jetzt weiß ich, warum wir in der Hutwelt so viel vergessen haben. Weil das jetzt erst anders existiert hat. Nö. Wir wissen ja auch schon irgendwas gab, das wir noch nicht entdeckt haben. Ja, das gab es auch. Aber die Monde und die Spezialwährung waren ja noch nicht. Ja, das schon. Ich weiß nicht, wie viel man zu dem Zeitpunkt schon entdeckt hat. Keine Ahnung. Ah. Sie haben... Cityland. Wollten wir da nie mit einem Taxi fahren? Wenn du dir den Bereich anguckst, wo wir sind, glaube ich auch nicht, dass wir hier mehr machen können. Ne? Also... Das ist nur so ein kleiner Spoiler. Denke ich. Und da drüben siehst du dann Cityland. Aber da kommen wir jetzt noch nicht hin. Ach, Kacke. Und? Nett. Flüchtig. Mario Transfer. Das ist fair. So. Schon goldig, der Mario, ne? Lass das mir auch ziehen. Aber brauche ich das mir auch ziehen für irgendwas? Na. Na. Na ja nicht. Mein Gott. Okay. Das ist wichtig. Da ist wieder die Pyramide. Hallo Pyramide. Hallo Pyramide. Pyramide. Willst du mit mir reden? Swing. Äh. Pyramide. Die Swings. Swings sei gegrüßt Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine ne Frage zu beantworten? Was begehrt das räuberische Bauter und Geheuer aus diesem Land? Eisbecher. In der Wüste. Nein, ich glaube nicht. Läuft. Also, die einzigsten Verwandte. Irgendwie. Weiß ich nicht. Wow! Money, money, money. Und ein Mond. Money, money, money. I got love in my tummy. And a rich man's world. Du hast gerade zwei Lieder zusammen gemischt. Ja. Einmal die Werbung für Kinderriegel. Den Song davon. Jetzt echt? Ja. Das ist das Love in my tummy Ding. Und das andere war... Was war das andere noch gleich? Das andere war, im Normalfall wollte ich Ding singen. Aber... Ja, das war... In the rich man's world. In the rich man's world. Ja, das hast du auch mit rein gehauen. Ist ja geil. Ich kann mashups singen. Was das jetzt so positiv ist, weiß ich nicht. Ja, ich find's geil. Ich geh jetzt zu super talentend. Yummy, yummy, yummy. I got love in my tummy. In the rich man's world. Ja, ja. Der büscht dir alles zusammen. Ja, das passt wenigstens. Hört sich nicht so verkehrt an. Der gibt doch überhaupt keinen Sinn. Nö, aber... Ich mein, Asele he, ha, he, he, he. Gibt ja auch keinen Sinn, ne? Bitte wen? Ketchup-Song. Ist das idiotisch, der Lied, wo es gibt? Zeig den. Asele he, ha, he, he, he. Hätte du dir nochmal irgendwas? Scheiße. Das müssen wir uns nachher anhören. Das Lied ist so kacke und schon so alt. Kennen sie das echt nicht? Weiß ich nicht. Ob nicht. Weißt du, das singen so Weibull-Songle das. So Girl-Bands sozusagen. Ich weiß nicht mehr, wie er geht. Ich weiß nicht mehr, wie er geht. Ich hab's gerade gesungen und weiß nicht mehr, wie er geht. Ich hab keine Ahnung. Gut, könntest du den anderen Typen übernehmen. Na, oder auch nicht. Aber das Geld kannst du eigentlich nehmen. Ja, gut. Und jetzt solltest du... Nicht, nein, egal. Wuhuhu! Aha, danke. Achja, es gibt ja Y noch zum Beschleunigen. Und das war wieder Twitter und ich bin gestorben. Was macht der Twitter da in meinem Hintergrund? Ich hoffe, ihr hört das nicht so sehr. Ich muss mal Twitter ausmachen. Immer wieder Twitter-Benachrichtigungen in meinem Hintergrund. Oh, hoi, hoi, lucky as fuck. What is this for? Wie ein Ausdruck. Lucky as fuck? Glück ist ein Fick oder was? Nein. Glück wie Sau. Ja, okay. Also ich würde sagen, wir machen wieder einen Cut. Es sind genau 20 Minuten um. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns jetzt noch kurz den Ketchup-Song. Ciao. Tun. wie in der Fall haben. Bayern. Okay. Na propermarkt.